Servus Leute! Das ist ein kleines Informationsvideo und zwar steht am Samstag, den... 7.6. In Frankfurt ist die Shisha-Messe. Da sind wir auf jeden Fall am Start. Mit Kamera, Pipapo. Wollen wir alles filmen? Ja. Was natürlich schwer ist, ist die Tonaufnahme. Wir versuchen das zu lösen, dass wir das gescheit hinkriegen, dass wir euch die Sterne vorstellen können, was das so Neues gibt. Ja, hoffentlich klappt das. Und es ist halt, finde ich gut, dass wir halt ein Video machen für euch, die wohl vielleicht auch nicht gerade nach Frankfurt fahren können oder so. Wenn ihr keine Zeit haben dafür, dann hauen wir alle Infos rein für euch. Dann läuft das auch. Dann seid ihr auch informiert. Wird natürlich lang, das Video. Denke ich mal. Es wird wahrscheinlich auch 50 Minuten gehen. 5 Minuten? Wahrscheinlich schon, locker. Ja, ok. Könnt ihr euch dann teilwerden machen dazu und angucken oder so. Also, das war jetzt das Informationsvideo, das wir auf die Shisha-Messe gehen. Und, bis zum nächsten Mal. Tschau Leute.